Heute mal ein Video, welches ihr euch gewünscht habt. Ich zeige euch heute mal mein Kontenmodell, wie ich es aktuell umsetze und wie ich meinen Vermögensaufbau möglichst automatisiere, aber trotzdem Spaß, Fixkosten und Konsum immer am Blick habe und auch so zum Beispiel auf Zusatz-Apps wie zum Beispiel so ein Haushaltsbuch komplett verzichten kann. Ihr seht jetzt zwar gerade schon die komplette Übersicht, aber trotzdem habe ich ein paar schöne Insights für euch, also lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Los geht's direkt nach dem Intro. Viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal mein ganz persönliches Kontenmodell, so wie ich es aktuell umsetze. Ich zeige euch das, wie gesagt, wirklich ganz transparent und das ist natürlich nicht das Optimum. Es gibt auf jeden Fall immer Verbesserungsbedarf. Ich versuche aber mit meinem Kontenmodell meinen Vermögensaufbau und auch meine Kosten, meine ganze Struktur möglichst zu automatisieren, um mir möglichst wenig Kopfdaum zu machen. Ich mache mir lieber einmal richtig Gedanken dazu und habe das dann aus dem Kopf, anstatt mir ständig mal Gedanken zu machen oder zum Beispiel im schlimmsten Fall noch die Miete per Hand zu überweisen. Das wäre für mich ein No-Go und ich versuche das auf jeden Fall immer schön zu automatisieren und ich glaube, das ist mir mit dem Modell ganz gut gelungen. Auf jeden Fall lohnt sich dran zu bleiben. Ich zeige euch auf jeden Fall immer mal so ein paar schöne Insights, wie man das Ganze gut umsetzen kann. Oder am Ende des Videos zeige ich euch auch nochmal ein Kontenmodell, wie ich es machen würde, wenn ich nochmal ganz von vorne anfangen müsste und auch zum Beispiel kein Geschäftskonto hätte, sondern alles quasi wirklich versuche, möglichst gebündelt zu haben. Das ist ganz aber immer nur so ein bisschen an Anreiz. Wie gesagt, ich arbeite jetzt hier zum Beispiel mit zwei Anbietern, einmal Vivid und Comdirect. Hauptkonto könnte man zum Beispiel auch mit dem Girokonto von Comdirect ersetzen einfach und könnte dann eins rausstreichen. Ich finde das aber zum Beispiel mir ganz gut und ganz wichtig, dass ich quasi, das seht ihr schon vielleicht so ein bisschen auf der linken Seite, eher so den Konsumbereich habe, der über Vivid abgedeckt wird. Hier kann man ja 15 Hauptkonten zum Beispiel machen. Das ist ganz spannend. Da gibt es auch ein Video von mir dazu. Ich verlinke die Videos mal immer wieder, wenn es passt, oben hier in der Videobeschreibung. Ich erwähne das aber nicht immer neu, damit das nicht so den Fluss zerstört. Ja, aber ihr könnt euch das auf jeden Fall hier oben immer mal anschauen. Und natürlich, Leute, für jede dieser beiden Anbieter gibt es natürlich auch Links unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch da anmelden möchtet. Hier und da gibt es auch sogar einen kleinen Bonus. Könnt ihr ja einfach mal anschauen. Bei mir, wie gesagt, Vivid ist bei mir so ein bisschen der Konsumanbieter, den ich habe. Und Comdirect ist so mein Investmentkonto. Das finde ich schon mal, wenn man das schon mal nach links und rechts teilt. Das ist schon mal ganz spannend auf jeden Fall. Das finde ich sinnvoll. Wir gehen aber von oben nach unten dem Geldfluss entsprechend entlang. Das Geld aus meinem Hauptberuf kommt bei mir zum Beispiel am Hauptkonto an und wird von da aus hauptsächlich verteilt. Ich habe zum Beispiel mir ganz wichtig ein Fixkostenkonto. Da gehen so Sachen runter wie Miete und Strom. Also wirklich, was man unter Fixkosten versteht. Und das ist einfach nur ein Dauerauftrag, der pro Monat am Monatsanfang vom Volksbankkonto auf das Fixkostenkonto hier geht. Und damit habe ich das erledigt. Und von dem Vividkonto kann man dann per Lastschrift per Daueraufträge die Sachen dann einfach bezahlen. Dann hat man diese aus dem Kopf. Deinen Puffer noch dazu da drauf. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu zu sagen. Dann ganz wichtig, das sage ich jetzt vor allen Dingen mal am Anfang des Videos schon ziemlich, wo noch ein paar mehr Leute da sind, investieren und Vermögensaufbau sollte Spaß machen. Deswegen ist es auch wichtig, nicht alles zu sparen, sondern auch ein Spaßkonto zu haben. Da kann fixe Summe draufgehen. Das könnt ihr selber für euch entscheiden. Die einfach monatlich wirklich draufgehauen wird und wo man irgendwelchen Quatsch verkauft, der einen Spaß macht, wo man ins Kino von geht, wo man einfach Spaß von hat. Und das ist vor allen Dingen auch wichtig. Macht das vor allen Dingen auch am Monatsanfang alles, diese ganzen Daueraufträge, damit das Geld nicht am Ende des Monats doch irgendwie anders verplant wird. Nutzt das Geld auch für die Sachen, für die es vorgesehen ist. Also wenn das Spaßkonto befüllt ist, dann nutzt es auch für Spaß. Das Gute an Vivid ist, dass man ein Konto mit Google Pay verbinden kann und dann kontaktlos hier mit dem Handy bezahlen kann an der Kasse, also auch mit Karte bezahlen kann quasi virtuell. Und das Gute an Vivid, wie gesagt, ist, dass man hier immer zwischen den Konten switchen kann. Einfach in die App gehen und dann kann man die Kreditkarte flexibel immer dem Konto zuweisen, wo es gerade passt. Also theoretisch könntet ihr sogar ein Tankenkonto machen, ein Mietkonto machen, ein Lebensmittelkonto machen, ein Getränkekonto machen. Ihr könnt das so kleinteilig machen, wie ihr das möchtet. Ich finde aber Spaß, Fixkosten und Konsum finde ich absolut ausreichend. Das kann man nochmal in der App auch nochmal sehen. Ich kann es euch auch mal zeigen. Da spart man sich auch noch zum Beispiel ein Haushaltsbuch. Wenn man hier einfach mal die Ausgaben aufruft, dann sieht das so aus. Ich zeige euch jetzt mal eben, Achtung, Spider-App ist installiert gerade. Trotzdem sieht man das, glaube ich, ganz gut, dass man hier wirklich schöne Übersichten hat und man sich dadurch nur durch Karte bezahlen immer schön ein Haushaltsbuch sparen kann. Und das finde ich halt auch der große Mehrwert daran, wenn man halt das Ganze digitalisiert. Ich bin also kein Fan mehr davon, mit Bargeld zu bezahlen, weil man da auch schnell Überblick verliert und dann wirklich die Sachen theoretisch per Hand aufschreiben müsste. Ich zahle mittlerweile alles mit Karte und wo ich nicht bar bezahlen kann, da kaufe ich eigentlich auch nicht ein. Selbst in der Apotheke kann man ja mittlerweile 5 Euro, 4 Euro einfach ganz normal mit dem Handy bezahlen, also mit Google Pay. Und das finde ich ist so ein bisschen für mich die Zukunft. Da bin ich sehr mit zufrieden. Das war jetzt aber wirklich mal hier alles zu. Mir wird dann wichtig ein Konsumkonto, auch ganz wichtig. Also so Sachen wie Lebensmittel, Getränke, Apotheke, sowas. Das ist alles bei mir. Über Konsum läuft das alles. Also alle die ganz normalen alltäglichen Ausgaben, die nicht fix sind und nicht spars sind, laufen wir über das Konsumkonto. Und da kann man sich auch am Monatsanfang festes Budget überweisen und dann ist das gut. Wir sind ja ein Finanzkanal, der auch den Fokus auf Investieren hat und deswegen kann man jetzt mal auf die spannendere Seite und zwar die rechte Seite. Ja, ich habe ja einen YouTube-Kanal und deswegen brauche ich auch ein Geschäftskonto zum Beispiel. Da gehen monatlich dann auch Einnahmen ein, die ich splitte. Einen Teil nehme ich mir rüber in mein Hauptkonto, aber der größte Teil geht in die Rücklagen. Das ist ein Tagesgeldkonto. Bei der Comdirect habe ich das gemacht und da geht auf jeden Fall alles an Rücklagen zurück. Denn ich muss ja im nächsten Jahr auch Steuern bezahlen für dieses Jahr. Wenn man das quasi nicht sich zurücklegt, dann kommt im nächsten Jahr das böse Erwachen. Zum Beispiel bin ich jetzt auch dran, muss die Steuern fürs letzte Jahr bezahlen. Deswegen Rücklagen immer wichtig. Bei mir ist das so, dass ich 70 Prozent immer in Rücklagen stecke und 30 Prozent ungefähr an ein Hauptkonto auszahle. Das aber auch nur jetzt mal so ganz grob gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber jetzt mal eben der größte Strang, auch das ist auch der größte Strang hier, der monatliche Dauerauftrag vom Hauptkonto auf mein Investment Hauptkonto, wenn man so will. Von hier aus werden quasi meine ganzen Investitionen gemanagt. Von hier aus überweise ich meine Investitionen zum Beispiel an Binance und Bison oder Krypto.com, um meine Kryptos zu kaufen. Aber von hier aus geht auch die Umbuchung aufs Verrechnungskonto von der Comdirect oder aufs Verrechnungskonto von Trade Republic, wo ich mir Aktien oder ETFs kaufen kann. Das kennt ihr auch. Ja und noch ein Teil davon geht nochmal von meinem Hauptkonto über das Girokonto, Investmentkonto, dann in die Rücklagen. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, aber es ist super einfach, weil so hat man auf jeden Fall immer einen festen Geldstrom. Nur als Beispiel jetzt mal, man hat zum Beispiel 2.000 Euro im Monat für Vermögensaufbau zur Verfügung, dann würde ich jetzt hier wäre die so mit 2.000 Euro. Zack. Von den 2.000 Euro gehen zum Beispiel 500 Euro in Rücklagen. Zack. Dann geht das hierin. Davon von den 2.000 Euro gehen zum Beispiel 1.000 Euro in Aktien und ETFs. Zack. 1.000 Euro und hier von den 2.000 Euro gehen 500 Euro zum Beispiel in Kryptos. Zack. Und so hat man quasi immer schön einmal einen Übergeldstrom, sage ich jetzt einfach mal so, und drei kleinere Geldströme. Das finde ich ganz spannend, weil man sich so ein bisschen schön runterbrechen kann und man dann immer auch schön die Sachen besser verteilen kann. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert, aber so mache ich es. Das ist heute mal einfach ein Video, wie ich es mache und kein Tutorial, keine Anleitung. So, jetzt gibt es ja auch die Leute, die es möglichst einfach haben wollen und die vielleicht gar nicht mehrere Anbieter haben können. Und da habe ich zum Beispiel hier mal einen Reiter gemacht, wie ich es machen würde, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde. Wie ich das machen würde, wenn ich jetzt kein Geschäftskonto hätte und das würde ungefähr so aussehen. kurz vorab, das kann man auch auf einen Anbieter beziehungsweise auf zwei Anbieter reduzieren. Ich werde das aber mal eben erzählen, nochmal ganz kurz. Also wie gesagt, das Girokonto von der Corum direkt als Hauptkonto, als Gehaltskonto, als Gehaltseingangskonto, als Einnahmenkonto quasi und von da aus dann Spaß, Fixkosten, Konsum. Das finde ich super. Da würde ich auch nicht von abgehen. Das finde ich auf jeden Fall wichtig. Und von da aus dann in die Kryptos, von da aus in die Aktien, ETFs, vielleicht auch da die Kryptos zu kaufen. Könnte man sich das hier alles sparen. Mittlerweile kann man ja bei Trade Republic auch Kryptos kaufen und von hier aus auch wieder das Tagesgeldkonto ansteuern, um bei der Comdirect was zu machen. Und man könnte auch nur Vivid benutzen und quasi nur Vivid Unterkonten nutzen, wo man quasi alles, was hier jetzt von der Comdirect ist, könnte man dann auch von Vivid machen. Ich finde zwar Vivid super, aber ich finde es trotzdem immer noch ganz gut, wenn man auch mal ein Konto hat, wo man sich auch am PC einloggen kann, wo man am PC auch mal Sachen nachgucken kann. Und ich fühle mich einfach auch wohler, zwei Anbieter zu haben, für meine ganzen Finanzen mindestens zwei Anbieter zu haben. Das wäre jetzt so wahrscheinlich mein Modell, wie ich es nochmal machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Geschäftskonto hätte oder auch wenn ich es ein bisschen vereinfachen würde. Im schlimmsten Fall, wie gesagt, hier die Kryptos noch rausnehmen, dass diesen Geldstrom komplett löschen und alles über Trade Republic machen. Vielleicht jetzt schreibt mir noch mal in die Kommentare, wie ihr es macht. Wie sieht euer Kontenmodell aus? Was findet ihr an meinem Kontenmodell gut und was findet ihr vielleicht nicht so gut? Was ist umständlich und was würdet ihr vielleicht sogar für euch selbst übernehmen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum Tage.